Fritz und seine ganze Familie laden einen Ausflug in den Zoo. In der Nacht zuvor konnte Fritz nur schlecht seinig machen. Am nächsten Morgen war er sehr viel wach und stümpfte schnell in seine Kamotten. Als Wama und Papa endlich ins Auto fliegen, konnte die Fahrt losziehen. Doch das Auto sprang nicht an. Mama und Papa wollten den Ausflug verschieben. Rückt er ins Haus und schmeißt ihn auf sein Bett. Doch dann kommt der Onkel ins Zimmer und verkündet, dass der Ausflug doch gegeben hat, da sie sein Auto leiden. Im Zoo angekommen ist es in eurer Aufgabe, euch eine Geschichte auszudenken, ein Zoo-Besuch auszudenken und den in euren Gruppen dann vorzustellen. Dafür geht ihr bitte um eure ursprünglichen Innovationsgruppen zusammen. Praise the Lord. cra til